Hey Jensen, hi. Okay, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier, Raft, mit dem Rich und Nico, hallo. Juhu, juhu. Es gelüstet mich nach, was zu trinken, Jungs. Du hast gerade, also wenn jetzt die Tasse leer ist, ich... Ich habe die Tasse nicht leer gemacht. Ich habe die leer gemacht, ich habe unsere Pflanzen gegossen. Die Pflanzen? Er gießt die Pflanzen, Alter, ich rede. Wir verdosten, Alter, und du gießt erst mal die Radieschen, oder? Mein Schinkensbalken blinkt rot und er gießt die Radieschen, Junge, ob du geistig irgendwie nicht ganz auf der Höhe bist. Und da liegt eine Kartoffel, lecker. Alter, ihr seid so eine räudigen Mistmenschen, ne? Unfassbar. Wir müssen meine Arme produzieren. Kann man nur so sein. Kann man nur so sein. Was hast du gerade gemacht, Alter? Hast du gerade was? Nee. Kann man nur so sein wie ihr. Das ist unfassbar, alter Schwede. Ich will ein eigenes Boot. Jo. Oh, jetzt kommt hier wieder so ein Vogel. Weil welcher Vegetarier legt der hier eine Zwiebel auf den scheiß Grill? Ob ihr irgendwie komisch seid? Nee. Hallo, Geil, Geil. Hinterher. Warum gehst du da hinterher? Du hast zu mir gesagt, Aua. Du hast dem in letzter Folge gesagt, wir sollen hinterher. Angeknabbert. Alter, ich habe mich gerade ein bisschen erholen müssen. Also, ich könnte jetzt Segel bauen. Ja, dann mach doch mal einfach, Alter. Alter, Geil. Du kannst doch schon lange stehen, ey. Ja, wohin denn? Ja. Aufs Boot am besten. Warte. Aufs Wasser ist halt einfach schlecht, weißt du. Ja, aber wir haben hier ja keine richtige Richtung, wo wir uns orientieren können. Alter, zieh dir mal Socken. Perfekt. Kannst du da ein BG-Logo drauf machen? Oh, bestimmt. Aber jetzt haust du mir jedes Mal gegen die Kauleiste, wenn ich das Ding hier drehe. Das bitte richtig machen. Ich weiß auch nicht, wo du hin willst. Hast du einen Kompass? Gibt es hier einen Kompass? Ne. Ne, es gibt aber einen Kalender, der kann sagen, wie viele Tage du schon lebst. Playboy-Kalender oder was? Mann, die Strömung ist halt einfach schlecht jetzt hier. Ja, wir fahren in die Falsche. Wer dreht denn die ganze Zeit an dem... Nein, das muss hier in die Richtung. Guck mal, jetzt kommt das genau auf uns zu. Richtig. Ich brauche nur Stehen und E drücken, das ist richtig gut. Weitermachen. Kann ich jetzt fass. Ja, gehst du doch einfach holen. Schwimm doch hin und hol das. Ich sag, wenn ein Hai kommt. Glaubst du mir nicht? Ich auch nicht. So, äh, wir müssen... Hast du jetzt mal einen zweiten Grill gebaut? Was für ein Ding willst du von mir? Einen zweiten Grill dort zu bauen. Wer denn? Du solltest das doch mal richtig. Wer hat den ersten gebaut? Ich hab nicht meinen ersten gebaut, ihr Gottfried. Den hab ich doch schon gebaut. Ja, dann bau doch den zweiten. Ich hab aber keine Ressourcen. Ich hab keine Ressourcen. Ich auch nicht, leider. Boah, ey. So, Jungs. Ich hab uns mal, damit wir auch das Wasser hier genießen können. Hab ich jetzt erstmal einen Tisch gebaut. Einen Bartresen? Einen Bartresen. Kann mal einer sein, die Scheiße von dem Grill hier rufen. Wer grillt hier die ganze Zeit Zwiebel, Junge? Ich hab 5000 Fische. Als ob du grad noch... Lol. Guck mal. Ah! Ja, das ist ein Hai. Ja, danke. Geil. Also, das hab ich noch nie gesehen. Ja, aber man muss auch... Man muss auch seinen Luxus leben, weißt du? So. Ach. So, wo ist das Steak, Jungs? Die Zwiebel ist gleich fertig. Warst du bei Ikea einkaufen, oder? Nee, ist ein Mischmasch. Kann ich den hier drauflegen? Weiß ich nicht. Ich hätt das gerne auf dem Teller, Alter. Nicht auf seiner Hand. Moin. Ja, ich bin am Arbeiten und die Lappen setzen hier an den Tisch, Junge. Ich fass das wohl nicht. Ich hab Hunger. Ja, dann nimmt der Kacke von dem Grill runter. Hab ich schon. Hier, tu jetzt mal einen Fisch drauf. Meine Fresse. Könnt ihr mal entweder einen größeren Grill oder noch einen Grill bauen? Ja, wir brauchen den, den tiefen zweiten Grill. Achso, das andere ist ein Wasserabkochdingens. Ja. Mein Haken ist kaputt. Was hab ich jetzt gemacht? Warte mal, ich muss hier mal Wasser auskippen. Nee, was ist hier los? Habt ihr immer gerade wieder Wasser geschlüpft? Der da. Der da. Du böser Junge. Der im Rücken. Ich hab nur die Rücken gegossen. Ach, Wasser ist fertig. Können wir das große Wasser... Achso, haben wir aber noch nie, ne? Also, in späterer Folge, liebe Leute, wird das ein bisschen einfacher werden, weil da können wir dann größeren Grill machen. Da können wir dann ganzen Delfinen drauflegen. Das wird schön. Ich frage, haben wir jetzt irgendwie jedes Werkzeug, was wir so brauchen? Ich hab einen Hammer, ich hab eine Angel, ich hab einen Haken und einen Speer. Weiß ich nicht, ich hab noch keine... Die haben Haken und ein Speer. 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 Ich hab keine Spitzhacke momentan. Die haben Paddel. Wir können gleich anlegen. Ich brauche einen Anker. Bist du eine Frau? Eti ist eine Frau. Schon, ne? Was? Ja. Es hilft doch, wenn du die mal... Willst du mal die weibliche Zeit zeigen? Vogel! Für Tis. Ich brauche was zu essen. Oh, hier gibt's... Oh, geil, Zwiebel! Schmackotastik. Habt ihr Steine? Weil Steine ist so Mangelware hier. Ja. Steine habe ich zwei Stück. Haben wir eine Kiste? Ne, aber der Niko baut gleich eine. Ich hab hier einen kleinen hingelegt. Fünf. Geil. Oh, das reicht. Werdet ihr jetzt weggemacht? Hier, komm jetzt. Wenn wir das so machen wie gestern, ne? Ja. Wenn ich gleich den Anker dahin mache, ne? Und der wieder weg geht. Kommt vier Fässer. Vier Fässer? Boah. Bin hier überfordert, oder? Ja, geh weg. Ich hab schon mal voraus. Ich setze mich schon mal an den Tisch, ne? Ja. Ah! Oh, da kommt wirklich vier Fässer. Ich hole eins. Der Hai holt dich auch gleich. Er geht los und holt das Fass, Alter. Alles klar. Hab ich. Jungs, ihr müsst den Lifestyle auch leben hier. Hm. Ich fühle mich ein bisschen wie Ariel. Dann sieht es auch ein bisschen so aus. Was? Ich glaube, der Hai wollte gerade nach mir schnappen. Ich glaube nicht. Ich glaube, der wollte nur kuscheln. Ich glaube auch. Der frisst unser Boot auf, ne? Du böse Junge. Geh weg. Oh Gott. Der hat ein Stück abgebrochen. Oh nein. Warte, ich baue es wieder hin. Du, was kannst du? Klar. Profi-Baumeister. Bob, der Baumeister. Bob? Ja, du kannst mich auch Herbert nennen. Ist mir egal. Alter, was ist das denn? Darf ich den werfen? Immer noch ein... Warum nicht? Erst wenn wir an der Insel sind. Achso. Ah, wie gestern, ne? Da hinten ist ein Floß. Da ist ein Floß. Drehen wir mal das Hegel. Rudern, Jungs. Rudern. Achso, wir haben keine Paddel, ne? Doch, ich habe einen Paddel. Ja, dann gib mal Stoff, Alter. Warum? Ja, weil wir hier keine Zeit haben. Lass das fast. Nein! Nein! Das für die Geier, ne? Einfach Wahnsinn. Haben wir jetzt mittlerweile einen richtigen Fisch zu essen, weil dieses Gemüse, das kotzt mich schon ein bisschen an. Ja. Wer hat denn hier mein Gemüse geklaut? Weiß ich nicht. Der Vogel, glaube ich. Boah, jetzt nimmt... Oh, kein Wasser, kein Essen. Geil. Also, da wäre welcher... Kannst du doch mal einen Haiköder bauen, so, ne? Ich habe doch nicht mal ein Angeldingens. Warte mal, ich hatte doch mal... Ah, hier habe ich Schrott. Ich weiß auch genau, dass ich Schrott hatte. So. Dann wollte ich jetzt bauen. Haben wir noch Plastik? So, dann kann ich ein Lager bauen. Nein. Ich habe kein Plastik, tatsächlich. Sag das auch mal. Ihr habt kein Plastik. Doch, zwei. Tee? Was? Ist das Plastik? Zero habe ich. Zero. Ich habe aber eine Glückskatze sonst. Achso, ja, die ist gut. Ist aber auch geil. Wollen wir uns nicht eher abbauen, Ritchi, so? Insel! Was wollen wir? Wollen wir uns abbauen? Also, wollen wir ein eigenes Floß machen? Ja. Warum? In der Republik gründen wir. Ich weiß nicht, ich sehe da so jemanden, der... Ja. Können wir hier noch ein bisschen ausbauen? Ist ein bisschen kurz geworden. Baut er deine Treppe hin? Alter, ich glaube das nicht. Wollte es nicht gesagt haben. Wir müssen größer denken. Ey, da schwimmst du mal vor. Yo. Ich habe fast kein Essen und kein Trinken mehr und ich soll vorschwimmen, Alter. Ich grippier doch auf der halben Strecke. Alter, ich crafte nach dem roten Teppich für deine Treppe. Geil. Geh von dem Trinkwasser hier weg. Ja, dos, Alter. Geh von dem Grill hier weg. Schmackotastisch ist das hier. Warte, ich gehe das holen. Okay, ich ruf den Hei. Geht unter. Perfekt. Aha, ich back hier fest. Da kommt der Hei. Ein Glück, jetzt komm, drehen und weg. Warum seid ihr denn jetzt so, Alter? Weil ich muss zum Erforschungsbuch. Wo ist denn das? Ist ein bisschen eng hier. Können wir ein bisschen breiter bauen? Ich weiß nicht, da hat er irgendeine Treppe hier gebaut. Muss ein kluger Mann gewesen sein. Ich glaube, der Vogel will unser Ding ins Nehmen. Okay, wir haben schon die große Lagerkiste. Wollen wir gleich die große Lagerkiste bauen, oder? Hast du denn einen Shiny? Einen habe ich noch. Hast du noch einen Shiny? Einen habe ich noch. Ja, dann gib das mal. Warte. Jetzt sogar zwei. Ne, zwei habe ich gehabt, aber eins habe ich zum Forschung verwendet. Gehst du bitte von meiner Erhebung runter, das ist nur für mich. Was? Was? Wolltest du das jetzt runterkacken, oder was machst du da? Soll die Kiste hin? Fahr doch mal hier nach oben. Ich werde jetzt hier eigentlich Captain, Alter. Fahr doch mal da Richtung Kisten. Fahr doch mal da rüber. Kisten? Also. Fahr das mal hier hin, ne? Hinter die Schuhe. Ja, bach doch einfach mal. Perfekt. Hey, was ist das denn jetzt hier? Ich habe bloß. So. Boah, da lässt die hier Fässer durchgehen, ne? Kannst du mal rausgehen von der Kiste? Nö. Also, ihr seht, in diesen Kisten sind immer wieder so Zwiebel und so ein Zeug drin. Ja, Richie, mach mal schon mal Haiköder, also. Hab ich. Echt? Nice. Weiß ich, aber... Ich glaube, wir sind gleich nur noch zu zweit, Richie. Nein, ich habe das. Komm, gib Garten. Oh, die Glückskatze musst du platzieren. Oh, die können wir auf den Tisch tun. Geil, mach mal auf den Tisch die Glückskatze. Oder auf die Treppe. Ne, die Treppe. Oh, geil. Die muss aber zu mir gucken. Ne, die guckt nach vorne. Ne, die guckt weg. Das ist vorne doch. Oh, warte. Wollen wir das alles nochmal öffnen? Nein, das ist doch jetzt mein Ruhe. Boah, Alter. Vorne ist da, wo die Treppe oben ist. Wie die kleinen Kinder, weißt du? Ja, ohne Witz. Ich bin der Einzige, der hier verwünftet. Alter. Ich habe einen Hering geangelt. Warum machst du das? Das ist gut. Soll ich hier die Gärtenarbeiten übernehmen? Ja. Aber B, du nimmst das Wasser, um die Blumen zu gießen, Alter. Oh, Makrele. Wir haben jetzt eine Angel gebaut. Jungs, ich mag euch. Ihr legt mir immer so viel gutes Zeug drauf. Oh, wir werden angegriffen. Ja. Ich habe gerade eine Angel am Start. Der. Ja, dann geht doch selber hinterher. Zumindest immer hinterher sagen und dann selber nicht hinterherhüpfen, weißt du? Aber Streusalz. Streusalz? Wie kommst du jetzt auf Streusalz? Ist jetzt nicht Barbara Streusalz? Wer ist denn Barbara Streusalz? Oh Gott. Das ist eine Bildungslücke oder was ist das? Ja. Körst du mal auf, wenn du weg rammeln, geht das? Nö. Hat jemand noch einen Schrott? Ja. Kima, bitte. Jetzt? Ah. Hast du was jetzt gesagt? Nee. Ja, ich habe gedacht, du, weiß nicht, willst du es später machen oder sowas? Ja. Brauch mal hier eine Wand hin, Werner. Geilo. Oh, ich habe Hunger. Haben wir was zu essen auf dem Grill? Ist doch was jung, du. Hm, Hering liegt ja drauf. Fällt mir schon Gas. Ja. Kannst du einen neuen drauflegen. Wie er denn abknuspert, ne? Kann mir mal das Licht anmachen, ich kann so nicht kochen. Brauche Wasser, Alter. Ich mache mal so ein bisschen Lebensmittel hier rein, ne? Krass. Können wir nicht ein paar Fische braten? Also kann nicht derjenige, der die Fische angelt, einfach die Fische irgendwo reinlegen und ich brate sie dann alle ab? Ja, dann in die Kette. Ja, Richi lebt auch das Spiel, weißt du? In der Kette liegen wir einfach da drin. Okay, gut. Der wollte ich nur los, schon was gehört, ne? Der war auf Aufbruchstimmung, ey. In Art war das, wo man auch kacken konnte, ne? Äh... Nee, das war in... Wie heißt denn das Spiel? Nee, nee, nee. Scum. In Scum. Scum. Ja, habe ich nie gespielt, aber in Arc auch. Ehrlich? Ja. In Scum hast du... In Scum hast du... In Scum hast du... In Dinos schon. In Dinos schon, aber in Scum hast du sogar durch die Hose kacken können. Ist wichtig. Hast du das auch mal ausprobiert? Nein. Ich hab's... Vogel! Äh... Ich hab's tatsächlich nie gespielt. Willst du auch die gebratenen Fische wieder reinlegen? Ja, ich hab... Warte mal. Nee, ist besser selber. Erstmal natürlich Eigennutzung, ne? Aber pass auf, die wollen... Alter, für saftiges Drehen. Achso, ich hab da Zegel... Wir müssen ein bisschen breiter bauen, Jungs. Das geht so nicht. Ach. Ich bringe mir jetzt erstmal einen Hammer, damit ich hier auch mal mitbauen kann. Wenn ich jetzt nochmal über den Dingens hier drüber stolperne, ne? Dann brenne ich hier komplett aus. Boah, hier kommen Fässer. Boah. Boah, wärmer. Aber übelst, Alter. Du sollst Fische braten. Ja, das... Soll ich daneben stehen und einfach mal die Thermometer ins Maul stecken, oder was soll ich machen? In den After. Das dauert ein bisschen. Ich hab da was reingelegt. Ja, dann leg doch noch was rein. Können wir jetzt bitte einen zweiten Stock bauen? Das geht mir ein bisschen auf den Sack hier. Das bitte mit dem zweiten Stock. Ja. Bisschen breiter bauen. Ich will ne Küche haben. Aber... Ne Kantine? Ja, ne Kantine. Mit dem Hygienebereich, weißt du. Toll, ich hab den Haken gegen das Holz geworfen. Ich bin auch so ein Glücksritter, ey. Ja, das hat nichts mit Glück zu tun, das ist einfach dumm. Okay. Hm? So, Wasser ist wieder am Abkochen, Jungs, ne? Ich glaube, ich denke an euch. Ja? Hast du einen gebratenen Fisch in die Box reingelegt? Äh, warte. Ja, natürlich. Das ist eine gebratene Seebrasse. Äh, könnt ihr mir ein bisschen Holz... Nein, ich hab dort rohe Fisch hergegessen. Äh, du bist klug. Ich werde sterben. Ähm, könnt ihr mir ein bisschen Holz reinlegen? Ah, warte, ich hol mir selber Holz. Ja, hol dir mal selber Holz. Ja, schon noch mehr selber Holz. Boah, leg doch mal ne Planke hier in den Ofen rein, Junge. Alter. Alter. Was ist denn los mit euch? Oh, wir können das große... Können jemand ein Scharnier bauen? Können wir mal an die Insel fahren? Ja. Bau doch schon mal deine Sammelnetze, die... Bau doch erstmal einen Motor, Werner. Dann können wir mal fahren. Bau doch erstmal den Honda-Motor. Alter, wenn da kein Honda-Motor bald dran ist, ne? Dann... Der läuft mit Holz übrigens. Der Honda-Motor. Der Honda-Motor läuft mit Holz. Ja. Hätte auch gedacht, man macht einen Uranstab rein oder so. Aber... Ich bin unter Wasser... Nein! Ja, besser ist... Ja, stirb! Ach, schade. Wollen wir Wasser wieder? Kann ich trinken? Ja, könnt ihr. Gut. Ja, für den Moment ist die Masse, wir sind fertig. Wir kämpfen uns noch ein bisschen durch die Nacht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.